Ich habe den Vertreiber von Trends in Deutschland kennengelernt. Er hat uns dann mal kurz angeboten, wenn ihr einen Skiazug haben wollt, 650 Euro. Aber komplett maßgeschneidert. Patti, Teil aus! Das ist die beste. Ich brauche die Gesichter. Ich brauche mal was zum Nachspülen. Ich brauche nix, nix, nix. Singen wir? Ja, jetzt singen wir. Heute ist das Tag. Komm her. Matze fehlt, Matze. Aufstehen, aufstehen. So, wir singen. Jetzt werdet ihr... Hier, Dämelied. Jetzt werdet ihr eingebaut. Dann fängt das an. Dann fängt das an. Auf die Gesundheit! Wir sind so schön, wir sind so schön, beim DSV zu sein. Und welches zuerst... Boah, ich bin schon noch gelern. Ein Kaumenschmaus. Geil! Das war die Lokstädter-Erfahrung. Hier sind die Männer, die es abgönnen. Nein, ich bin gerne alt hant. Da ist es ein ganz brenand. Ja, wir sind nur her.